Setze dich bequem jedoch aufrecht hin, beobachte deinen Atem. Lass ihn von allein gleichmäßig werden, lege nun den Zeige und Mittelfinger der rechten Hand an deine Nasenwurzel zwischen den Augenbrauen. Verschließe mit dem Daumen das rechte Nasenloch und atme links ein. Verschließe dann die linke Nasenseite und atme rechts wieder aus. Atme rechts ein, verschließe rechts und atme links wieder aus. Atme links ein und wechsle. Wechsle die Seite immer nach dem Einatmen. Atme so einige Atemzüge weiter. Lasse Einatmen und Ausatmen gleich lang werden. Zähle dazu den Ausatmen. Er dauert zum Beispiel bis zur Zahl 4 und atme nun genauso lange wieder ein. Ausatmen und Ausatmen und Ausatmen und Ausatmen. Der Aus- und Einatmen sind gleich lang. Ausatmen und Ausatmen und Ausatmen und Ausatmen. Rechts ein, links aus. Rechts ein, links aus. Wenn du das nächste Mal links ausgeatmet hast, dann atme wieder normal und ohne das Zeitmaß zu bedenken. Lasse dein Atem natürlich fließen. Spüre nach und genieße die Stille und Klarheit. Vielen Dank fürs Mitmachen. Mehr Infos findest du in der Videobeschreibung. Lass mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Schau auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter lucyart.jimdo.com Ich freue mich.